hallo leute herzlich willkommen endlich zur nächsten folge von hexut ich habe jetzt etwas länger nicht mehr aber das server war nicht online und ja deswegen war das etwas doof es ging einfach nicht dann guck mal hier ist sollte alles funktionieren einige wenn wir uns und so wir wollen es eine plattform haltet man hier muss allerdings schon auf boxen eventuell mal hier reingraben ich glaube das funktioniert auch die folge sind überhaupt 97 ich glaube schon ja dann wahrscheinlich der nächste folge dann so einen kleinen test machen dann testversion dann gucken dass alles so funktioniert und dann ja ich will da killen alles klar wird zwei wie kommen wir runter ich weiß es nicht ich habe mich also hochgekommen hier muss es ja gleich hier ich weiß es nicht hier runter ich sterbe ich gleich wenn ich sterben sollte es war das mitmuster war es das mitmuster kommen glaube ich aber wie ihr im tutorial gesehen hat das ist ja ganz easy so ne Brauchen wir nicht mal nur was von Fühlen, eigentlich hm. 87, ok. Ist doch schon Augengräb so, ne? Nicht so runtergräbt. Ich hab's gewusst, ich habe es gewusst, dass sie wieder in der Arbeit ist. Komm schon. Ich werde sterben. Es war so klar, es war so klar. Ich habe es geahnt. Och man ey. Warum? Ich bin erinnern, dass er ist besser da hinten. Ich bin mir nicht in Lava gestorben, glaube ich. Och, na toll, ey. Ich hab' hier genau richtig geilen Stuffer gehabt. Hallo, wir haben's gehört und so, ne? Oh, na super ey. Geil. Super. Ich hab' gewusst. Ich hab' gewusst. Das war's ja mit Usakampf, bestimmt. Oh, ist das denn für Vieh. Oh, scheiße. Was ist das denn? Oho, was ist das denn? Ja, genau. Hierobrine. Was? Ach, scheiße. Ich muss hier runter. Was? Das war hierobrine. Oho. Was? Als ob es den gibt. Ich habe ein Galera-Special für Folge 100. Das wird nur O'Brien. Das war doch der, oder? Das war hierobrine. Guck mal. Das ist hierobrine. Als ob. Hierobrine. Was? Hierobrine, alter. Ich glaub's nicht. Was? Hierobrine, alter. Hierobrine, alter. Was? Was? Geil, alter. Kann das nicht schon voll gewundert sein, hier, ey? Das ist immer so, die Items ist auch egal. Wird nicht gestorben, wenn ich dich wohl niemals Joobrine kennengelernt. Was? Das ist ein geiles, geiler Screenshot. Ich hab' dieser kurze Haarbringer, alter. Was ist das denn? Wie? Weil ich will ein Screenshot von Joobrine haben. Der Haarbringer macht mich richtig fertig, ne? Ah, ich will mir keinen Schwer von ihr zu nehmen. Finde ich ja bestimmt. Ah, was ist das denn ein Vieh? Ah, ich brauch' unbedingt ein Summer von Joobrine. Für den geilsten Clickbait. Nein, jetzt bin ich ja blind. Ah, komm schon, Joobrine. Ach, diese blöde Spinne. Spider. Geh weg. Oh nein, das ist von ihr. Dieses kurze Vieh. Oh, wie viel? Ja. Fünfmal gestorben schon. Weil mein Dach war ja kein geiler Screenshot dessen. Mit Joobrine. Hoho. Joobrine ist real. Das ist kein Mythos mehr. Joobrine ist real. Na, komm schon. Ja. Ja. Geil, dass du mich hast, alle. Back to the Miner. Ha. Joobrine. Hohoho. Ich hab' wieder schlafen, ne? War heftig. Heftig. Ich hab' hier überall entdeckt, Alter. Boah. Alter. Und dieses kurze Abbringer und Dienst ist voll heftig. Alter. Ich hab' hier überall entdeckt, Alter. Ist das krass. Das Ding ist jetzt weg, ne? Ich hab' das Ding jetzt auch zum Glück. Ach, doch nicht. Ach. Achso. Der macht mich die ganze Bilder. Der fühlt sich Leben hier um rein. Ich hab' ihn auch nicht. Ach geil. Das hauen kann ich hier auch nicht. Das ist Illusion, glaub' ich. Spectrum Miner. Ja, cool, dass da eingefügt wurde, dass er hier um rein soll. Ich hab' ihn noch nie gesehen. Was ist das lustige? Oh, vielleicht ist das ja auch real. Du musst den Illuminaten so bleiben, da. Was hab' ich da gemacht? Ah. Oh, ich kann nicht sprinten, was? Was? Juhu, ne, ey. Was ne Folge, Freunde, ey. Das ist mal... ...ne Folge, wie ich mir die wünsche, ey. Ist aber so bitter, dass es nicht Folge 100 ist, ne? Ja. Wird sie vielleicht auch den Wizard töten, ey. Hast du doch nicht geilerer sind, als den Folge 100 Hero-Brandtl zu sehen sollen, ja? Oh gut, dann haben wir den jetzt heute gekillt. Also nicht gekillt, sondern sie. Naja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Cool. Ach nein, ach nein. Ohohohoho, Mann. Ich hab's auch noch sterben heute, ey. Das kann doch nicht sein, das kann's jetzt nicht sein. Guck mich auch hier. Vielleicht verfolgt noch. Ist hier zu einer Festung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich mich hingebaut habe. Ach, zu null bestimmt, ne? Zu null und... ...minus, äh, minus 31, ne? Aber was für'n Speicher. Dass ein bisschen diesen Lavas hier finden. Ich glaube, es sind hier irgendwo. Oder? Oh, diese Herzgar-Spinne mach ich fertig. Oh, diese Herzgar-Spinne mach ich fertig. Oh, das ist ja so. 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 Ich muss ja ruhig hin. Oh, nein. Geh weg. Ich hasse dich. Oh, ich hab's. Erledigt. Oh, scheiße. Oh, Mann. Hab wir zu einer Festung gewesen? Wenn euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewerbung da. Abo nicht vergessen. Und tschüss.